Was sind die unterschiedlichen Meditationserfahrungen? Die verschiedenen Arten von gemeinsamen Meditationserfahrungen umfassen veränderte Bewusstseinszustände, einschließlich, aber nicht beschränkt auf verminderte Erregung, gesteigerte Entspannung und Wohlbefinden, veränderte Gehirnwellenaktivität, autonomes Funktionieren und mystische Erfahrungen. Obwohl diese gemeinsamen Erfahrungen allgemein kategorisiert werden können, sollten Personen, die an Meditation interessiert sind, sich darüber im Klaren sein, dass die Meditationserfahrungen von zwei Personen nicht identisch sind? Erfahrungen während der Meditation hängen von mehreren Faktoren ab, einschließlich der Art der durchgeführten Meditation, der einzelnen Meditationstechniken, der einzelnen Bewusstseins- und Bewusstseinszustände sowie der persönlichen Überzeugungen und Werte. Konzentrative Meditation, wie Zehen, Yoga und Sufismus, kann die Bewusstseinsstufe senken und Menschen, die die Meditation durchführen, durch gezielte Atmungs- und Konzentrationsübungen, Muskel- und Autonomiekontrolle, Energiefreisetzung, Mantrasingen und Spiritualität zu einem positiven Gleichgewicht verhelfen. Solche Meditationserfahrungen können die elektrodermale Aktivität reduzieren und die Gehirnwellenaktivität verändern, wodurch das Erregungsniveau reduziert und die Entspannung erhöht wird. Diese Erfahrungen senken im Allgemeinen die Atmung, senken die Herzfrequenz, verringern die Muskelspannung und verbessern die Haltung. Sie erhöhen auch die Konzentration und verändern die Denkweise und haben andere Auswirkungen. Achtsamkeitsmeditation kann den Bewusstseinsgrad erhöhen, um Menschen zu helfen, sich in schwierigen Situationen zu beruhigen und zu akzeptieren. Diese gesteigerte Aufmerksamkeit kann dazu beitragen, Menschen zu desensibilisieren, damit sie nicht durch unangenehme Umstände überfordert werden. Die Achtsamkeitsmeditation lehrt die Menschen, sich durch höheres Bewusstsein dem Unbehaglichen zu stellen und dieses Achtsamkeitsbewusstsein auf ihre alltäglichen Situationen anzuwenden. Es resultiert oft in einem positiven, nicht wertenden Seinszustand, der es denjenigen ermöglicht, die es praktizieren, eine erholsame Wachsamkeit zu erfahren. Bei manchen Menschen kann Meditation traumhafte Zustände hervorrufen, die oft zu unbeschreiblichen ungewöhnlichen und vorübergehenden Meditationserfahrungen führen. Diese veränderten Bewusstseins- und Bewusstseinszustände scheinen entweder passiv oder real zu sein und bieten den Menschen spirituelle Errungenschaften und Offenbarungen sowie eine maßgebliche alternative Glaubensquelle. Andere werden vielleicht so entspannt und in diese Form des bewussten Erwachens eingebunden, dass sie sich wie in Trance fühlen. Menschen, die sich fragen, was von der Meditation zu erwarten ist, sollten zufrieden sein mit dem Wissen, dass die Ergebnisse im Allgemeinen positiv sind? Meditation kann den Menschen erweiterte, klare Perspektiven vermitteln und ihnen beibringen, in der Gegenwart zu leben und ihre Vergänglichkeit zu genießen. Obwohl Meditationserfahrungen für alle unterschiedlich sind, führt Meditation fast immer zu Zuständen veränderten Bewusstseins. So hilft Meditation im Allgemeinen den Menschen, die inneren Abläufe ihres Geistes zu lernen und ihre Vorstellungen und Wünsche zu erkennen. Indem Menschen lernen, herausfordernde Situationen anzunehmen, werden sie gewöhnlich friedlich und führen sie zu einem persönlichen, erholsamen Wachzustand.